Es wird langsam dunkel und wir finden keinen Schlafzimmer. Es ist arschkalt. Jetzt möchte ich hier weg. Jetzt möchte ich auch da rechts hin. Willkommen in Thessaloniki! Willkommen auf Thessaloniki! Beja, wo laufen wir jetzt hin? Nach Hause. Da ist unser Zuhause, unser Königspalast. Ganz schön windig heute. Die letzten Kilometer bis zur türkischen Grenze. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.